Hi, ich bin Philipp von OMR. Ich bin Stefan von Media Impact. Und wir beide gehen mal wieder zusammen auf Tour. Es geht um die Podcast-Mittelstands-Roadshow. Wir fahren in zwei, in diesem Fall deutsche Städte, und machen da jeweils Abende, wo wir versuchen, aus der Region Leute sich für digitale Themen, Wachstum, Marketing, Transformation, interessieren zusammenzubringen und halt einen Live-Podcast zu machen. Wir sind in Ostwestfalen, in der Metropole Bielefeld, meiner alten Heimat. Freue mich sehr. Genau, 25. Juni, Bielefeld. Da schläft Kollege Mölling zu Hause. Also Mama Mölling, Kinderbett herrichten. Und am 1.7. sind wir in Stuttgart. Die Gäste für den Live-Podcast sind in Bielefeld der Frank Seidensticker von der Seidensticker-Gruppe, die ja dort in Bielefeld sitzt und die auch natürlich digitale Transformationsthemen haben. Und in Stuttgart die Maria Spilker von Mädchenflohmarkt. Von der Weltgruppe zwei echte Mittelstandsexperten, mit der Inga Michler und dem Holger Zschäpitz, die im Wirtschaftsressort dort Verantwortung tragen, schon mehrere Preise rund um das Thema Mittelstand gewonnen haben und sicherlich eine ganze Menge dazu erzählen können, wie das denn so läuft mit dem Mittelstand in Deutschland und der Transformation. Also Mittelstand in Stuttgart und Bielefeld, we are coming for you! Tricksisktid. Bis zum nächsten Mal! Dieán Mich New Lassenverden